Der Triebwagen Der Triebwagen Der Triebwagen Der Triebwagen Der Triebwagen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist die alte Keulerhütte. Badowiger Wasserweg rechts rein. Wird auch schon abgerissen. Jetzt stehen wir mal hier in der Ahrenskuhle. Okay. 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 So, hier in der Ahrenskuhle. Das hier ist die alte Buchholzer Bahn. Hinten rechts geht's ab in die Goseburg. So, hier geradeaus Richtung Lüneburg Hauptbahnhof. Und hier ging es mal zur Keulerhütte. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, nachmittags 14 Uhr in Melbeck-Emsen. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, einmal Blick auf den Führerstand. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, jetzt gehe ich zum zweiten Führerstand. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier.